herzlich willkommen bei s21 bau tv hier ein wunsch video und damit herzliche grüße an didi gerade im bild noch die stadtbahn haltestelle früher hieß es mal eckards halten weg jetzt muss ich echt übernachten bin ja gerade ausgestiegen aber ich weiß nicht mehr wie sie heißt egal da unten ist die goldbahnstrecke und wir sind beim entrauchungsbauwerk heilbronner straße hier beginnen die arbeiten am gehsteig und hier ist das ich würde mal sagen von außen fertige entrauchungsbauwerk das sieht ja schon mal ganz gut aus und mehr dazu sagen kann ich auch nicht laufen einfach mal außen rum und wer sonst noch infos dazu hat da freuen wir uns doch alle wenn das in die kommentare kommt pragfriedhof haltestelle pragfriedhof mit der 567 oder 12 zum pragfriedhof und dann kann man selbst schauen das teleskop noch ein bisschen ausfahren auf weitwinkel sind wir auch hier gibt es sogar eine kamera aber die ist offensichtlich nicht öffentlich nur zur bauüberwachung danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal ciao danke go Untertitelung des ZDF, 2020